Gesund naschen in der Weihnachtszeit. Es erreichen mich so viele Nachrichten. Was kann ich denn gesundes naschen in der Weihnachtszeit ohne Reue, ohne dass ich denke, diese Süßigkeit darf ich nicht nehmen. Ganz zum Schluss gebe ich dir noch meine coolsten Schokorezepte. Aber wir beginnen mit der Nahrungsmittelsorte, die am coolsten für dein Gehirn ist. Und das sind Nüsse. Am besten Walnüsse, aber es gehen auch Cashewkerne, Mandeln. Das ist mein Tipp Nummer 1. Gesundes Naschen mit natürlichen Nüssen. Das ist kalorisch, aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtige Stoffe wie Omega-3-Fettsäuren und viele Vitalstoffe. Also, erster Tipp, Nüsse. Der zweite Tipp ist, und den finde ich extrem cool, sind Apfelchips, selbst gemacht. Nimm dir einen Apfel, schneide den schön in Stücke und tue den damit Zimt bestreuen und in den Ofen damit. Dann kannst du ihn so lange backen, wie du denkst, dass du eine Knusperart haben möchtest, die für dich angepasst ist. Wenn du es stark knusprig warst, musst du es länger im Backofen halten. Wenn du sagst, nee, es reicht dir eigentlich nur, dass es schön warm ist, dann kürzer. Also, das ist ein extrem leckerer, winterlicher Tipp von mir, der mir sehr gut schmeckt und der Backofen duftet. Ja, das heißt, du hast einfach schon die positiven Emotionen, den sogenannten Pavlov-Reflex. Das ist der Tipp Nummer zwei, Apfelscheiben in den Backofen. Der dritte Tipp, der ist auch ein bisschen außergewöhnlicher, für die Chips lieb aber unter euch, geht das Ganze ja normalerweise mit Kartoffeln. Aber was unglaublich gut ist und was fünffach weniger Kalorien hat, ist, wenn du Zuccini-Scheiben nimmst. Und diese, sag ich mal, vielleicht mit Öl, Essig und Salz ein bisschen garnierst und ab in den Backofen, also auch wieder in den Backofen. Und die kannst du, genauso wie die Apfelschips, dann einfach den Überschuss für den nächsten Tag nutzen oder für einen Snack für den Nachmittag. Also, für die Chips, liebe Haber unter euch, macht es so, dass ihr Zuccini-Chips nehmt. Ihr habt fünffach weniger Kalorien, es ist gesund. Ihr wisst, was drin ist, weil das Schlimmste ist die Zutatenliste. Das Zutatenliste in den Fertigprodukten, die immer so toll abgebildet sind. Kennt ihr das, wie toll die von außen aussehen? Aber was da drin ist, schaut euch das nur an. Da gibt es die 80-20-Regel in meiner Mind-Dite und im Adventskranz-Kalender, in Anführungszeichen, jeden ersten Adventen-Video von mir. Da gehe ich ein bisschen näher darauf ein. Aber dritter Tipp zu Zuccini-Chips. Dann vierter Tipp und die Eiweißbombe ist griechischer Joghurt oder Lupinenjoghurt für die Veganer unter euch. Das ist wirklich ein Highlight für Eiweißliebhaber, für die, die Muskulatur und Aminosäuren haben wollen. Und dieses könnt ihr garnieren, indem ihr nur ein bisschen Chiasamen reinmacht. Das ist nämlich extrem vitalstoffreich. Und wenn ihr Süße benötigt, dann nehmt entweder so einen Honig vor eurem Imker vor Ort. Oder es gibt noch verschiedene Süßstoffe. Also nicht Süßstoffe, sondern Süßungsmittel, die nicht wie Zucker sind. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. So, das war der vierte Punkt. Wenn ihr auch ein bisschen kühler das mögt, ein Eis sozusagen, dann empfehle ich euch ein selbstgemachtes Eis. Das könnt ihr so machen, dass ihr auch wieder Joghurt nehmt, Naturjoghurt, und tut da Beeren rein. Die Geschmacksrichtung, die ihr möchtet. Erdbeeren etc. und dann ab ins Gefrierfach. Dadurch habt ihr wirklich cooles Eis. Das könnt ihr auch als Smoothie trinken. Also ihr habt die Möglichkeit, das auch mit Milch zu machen. Das ist extrem süß und trotzdem sehr, sehr, sehr gesund. Also das ist mein Tipp Nummer 5 für euch. So, und das ist der letzte Tipp für die Knabbereien auf dem Sofa. Wenn ihr aufs Sofa geht abends, dann nehmt euch Babykarotten. Babykarotten haben die Beta-Carotenoide. Das ist im Winter sehr, sehr wichtig. Das hält die Haut einfach geschmeidiger, jünger, brauner von natürlicher Art und Weise. Und es ist von der Süße. Wenn du das länger kaufst, kommt eine gewisse Süße heraus. Und das ist wirklich super gut. Ihr könnt natürlich auch andere Gemüsessticks nehmen, die ihr euch vorbereitet. Aber Babykarotten, da habt ihr auf jeden Fall das Süßigkeitsgefühl, was ihr benötigt, um Süßigkeiten dann zu ersetzen. So, und jetzt kommt meine versprochene siebte Geschichte. Und wenn ihr so lange ausgehalten habt, dadurch, dass ich euch diese Rezepte wirklich geben wollte, verlinke ich die fünf coolsten Schoko-Gerichte von mir, die sehr gesund sind, unten unter dem Video. Man muss einfach nur draufklicken und dann kannst du dir die runterladen und ohne Reue die Weihnachtszeit genießen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonnier gerne meinen Kanal oder erzähl deinen Freunden davon. Und wenn du ein bisschen mehr noch über Lebensumstellung, Mind Dial, Change Your Life, Change Your Mind hören möchtest, dann komm auf jeden Fall in die Adventskranzgeschichte, die jeden Advent, erster, zweiter, dritter, vierter läuft. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Mach's gut! Mach's gut!